Musik LG on Tour Tag 1. Heute berichten wir aus Mecklenburg-Vorpommern. Wenn man hier über Raps spricht, muss man zwangsläufig über Kolonie sprechen. Denn viele Flächen hier sind von Kolonie befallen. Das tun wir heute zusammen mit Felix Nahrstedt, unserem Produktmanager, der uns mehr zur Krankheit Kolonie erzählen wird. Und wir haben Kollegen aus der Region mit dabei. Den Einstieg macht Laura und wird uns zum Markt Kolonie mehr erzählen. Aber die Kollegen kommen später noch mit hinzu. Und wir werden gemeinsam diskutieren, wie die Landwirte hier in der Region Raps anbauen. Seid bei uns und freut uns auf einen spannenden Tag in Mecklenburg-Vorpommern. Die Landwirte hier in Mecklenburg-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern. Die Landwirte hier in Mecklenburg-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern-Vorpommern.